moin ja wir haben aber ich habe einen plan wieder verkehrt ich will dahin da will ich jetzt habe ich den zielpunkt wo habe ich den jetzt eigentlich da da muss ich lang die hat aber ganz schöne flicken die weste nein ich wollte nicht ins auto meine rüstung schon wieder hinüber hier echte aber das fahrzeug ist gut wir müssen ein bisschen schlecht zu sehen ja vielleicht hätte ich den weg da hochfahren sollen dann machen wir machen wir das mal da hinten muss ich hin oh massive sträuche oder sträuche ich hoffe mal das geht hier lang was war da los der haut ab ne schon wieder ich komme hier zu gar nix wir nehmen die abkürzung halt ja ja Andere Waffe? Hier ist noch einer. Au! Ja, dann schieß nicht auf mich. Ich komm hier zu gar nichts. Aber ich glaub, wir sind jetzt mit durch, ne? Ah, ich erhol mich auch wieder. Aber meine Dings ist runter. Wo ist denn mein Töv-Töv? Ist da immer noch keine Ruhe? Ich hab doch hier was gesehen. Wo ist der denn? Ach da! Guck mal, da hinten. Doch, du schwinnst. Ich hätte jetzt bloß gern meinen Kfz wieder. Oh. Kommt der her? Ja, nicht so gut. Ich bin kein guter Jäger. Naja. Das ist wohl weg. Wie machen wir denn das? Ich will da jetzt aber hinten hin. Ist ja auch noch Zeit. Huch! Da ist die olle Maske. Und da wollte ich hin. Hier kann ich klettern. Das tue ich jetzt auch. Ich hab die Schlange gehört! Hahaha! Hahaha! Aber man kann schlecht erkennen, ob die tot sind. Deswegen bin ich zurückgekehrt. Ich geb's zu. Das war schon wieder so'n komisches Geräusch. Da oben. Halt! Da muss ich sowieso hin. Fliegen da die Hakenplätze weg? Dann da rüber. Gefährlich. Gefährlich. Achso. Da muss ich hochklettern. Oder da kann ich hochklettern. Oh! Bin ich bescheuert? Das hat keiner gehört. Army-Verfolgungsflug. Komm, glaube ich. Da war schon wieder ne Schlange. Ach, da ist er. Ah! Schnell weg. Und nach oben. Da ist hier irgendwas. Was leer macht. Ja, hören wir gleich mal. Aha. Aha. Wo ist denn die Maske? Ich hör sie. Kann man hier raufklettern? Da oben vielleicht. Aber ich trau dem nicht so ganz. Ah, da unten drunter. Guckt mal. Da ist sie versteckt. Noch drei bis zur nächsten Belohnung. Gibt's hier sonst noch irgendwas? Was? Nee. Ich fühle mich aufgeladen. Ja. Ja, du hast mir gefehlt. Kammer Level 3. Dann ist jetzt nur noch. Da hinten so ein... Oh. Linkes Ding. So ein... War ein bisschen komisch, aber ist egal. Wir denken jetzt nicht drüber nach. Sag mal... Ist da hinten schon wieder Terror? Ach nee, die freuen sich bloß. Komme ich jetzt hier auch irgendwie runter? Ist ja schön so weit oben. Ob man das schafft? Ich weiß nicht, warum ich das tue. Oh, das war heiß. Ich wollte keine Pflanzen mehr mitnehmen, ich weiß. Aber wenn ich jetzt schon hierher springe... Hier ist ein Seil. Oh. 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 Und da ist noch ein Seil. Äh, Haken. Da oben sehe ich das Ding schon. Ich probiere es nochmal. So. Hier ist auch eine Kiste. Geh auf. So, dann werde ich mal gucken, wo bin ich hier überhaupt? Ah, bin ich ja gut. Da müsste ich hin. Dann habe ich eine halbwegs eine Markierung. Dachte ich. Da. Da, ja, da, da, da. Dann könnte man ja mal langsam... ...starten. E. Halten zum Abspringen. Richtung und Neigung. So geht's runter. So geht's hoch. Und wie mache ich das jetzt mit dem Fallschirm? Ich habe keine Ahnung. Aber es ist nichts passiert. Es geht mir gut. Ich bin auch in der Nähe... ...vom Strand. Ist da hinten was? Da liegt ein Auto. Warum verfärbt sich eigentlich der Cursor? Der entdeckt hier irgendwas. Seltsam. So, ich könnte aber auch mal schauen. Wir haben zwei Fähigkeitspunkte. Halte E, um auf einen Elefanten zu reiten. Stürme dann mit Shift los und zerschmittere Gegner mit F. Okay. Wir können jetzt auf Elefanten reiten. E halten, um auf einen Elefanten aufzusitzen oder von ihm abzusteigen. Drücke Shift, um loszustürmen und Objekte zu zertrümmern. Drücke F, um Gegner zu zerschmettern und zu werfen oder um andere Elefanten in der Nähe anzulocken. Aha. Elefanten reiten. Geht. Geht. Ich hab gesagt, geht. Und schon sind wir zu Hause. Das ist doch gut. Hier war jetzt irgendwo... ...die Baracke. Hier. Hier. Hier kommt man nicht rein. Aber hier. Wo ist der Schrank? Da. So, schnell. Schnell Verkauf. Dann sind die Sachen weg, die wir nicht brauchen. Und der Rest, den wir brauchen, der ist noch da. Kauf nicht möglich. Achso. Ich hab noch vollen Körperpanzer. Hab ich gar nicht drauf geachtet. Ja. Geld ist immer reichlich da. Also Rupien zumindest. Halt! Ich hab was vergessen. Kaufen und anpassen. Karten. Ich hab mir überlegt. Ich hab da schon... ...die Karte schon vorne in der Offline-Phase auch gekauft. Ich hol mir jetzt ab und zu mal so ein paar... ...Karten. Jetzt werden wir uns diesen... ...ort vornehmen. So. Mal gucken, mit was für einem... ...Gefährt. Wie wir das tun werden... ...ein Elefant ist jetzt gerade nicht da. Schade. Aber das werd ich ausnutzen. Sobald ich einen seh... ...ist er mein. Ja, ich muss hier auch lang. Oh, halt, 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 halt. So. Das Wetter ist mal wieder herrlich. Leck mich. Schießt auf den Motor. Steig doch ab. Dass man nicht runterspringen kann. Ich muss hier nicht... ...deinen Schäde. Das Messer gibt hier... So. Hier ist auch noch irgendwo... ...und ja, Mann. Guck mal, hier sind... ...eins, zwei. Der muss ja auch ganz in der Nähe sein. Hier. Hier. Ich stehe da förmlich drauf. Das Auto steht da drauf. Tschüss. Oder ist hier eine Höhle oder irgendwas? Das kann natürlich auch sein. Dann komm ich auch runter. Nee. Hier geht's noch weiter runter. Da ist eine Höhle. Ja, Lungsan. Ganz schön weit verzweigt hier. Huch. Da komm ich hoch. Dann haben wir den Ersten. Jetzt. Klappt doch. Klappt doch. Eine fehlt jetzt noch. Die ist da irgendwo. Oh. Was macht der denn hier? Ein Reissack. Der müsste doch schon aufgequollen sein hier drin. Da komm ich wieder raus. Schön. Dann haben wir das doch schon mal erledigt. Huch. Da komm ich wieder raus, hab ich gesagt. Immer schön vorsichtig bei diesen Gesellen. Da ist ein Elefant. Ich halte eh. Ja. 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 Das ist ja lustig. Oh, da ist noch eine. Kommst du mit? Okay, das gefällt mir. Das machen wir in der nächsten Folge weiter. Wir machen jetzt hier mal eine Pause. Die dürfen passieren. Die dürfen passieren. Und reiten in der nächsten Folge weiter. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Kamerad. Gut. Ach nee. Der geht noch gar nicht. Oh. Ich kann noch keine Pause machen. Hau bloß ab. So. Okay. Denn. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. 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 gib 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 Claud gib 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 gib